Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und es geht weiter Leute und ich möchte zunächst eine etwas nicht ganz so schöne Ankündigung, Nachricht verbreiten, wie auch immer. Ich werde diese Folge, diese Woche nur drei Folgen Stardew Valley bringen, also unter der Woche. Und zwar Montag, Mittwoch, Freitag. Genauso für Minecraft wird das so zählen, weil das Problem ist nicht an sich das Aufnehmen der Folgen. Das Problem ist vielmehr das Hochladen der Folgen. Das funktioniert nicht. Ich schaffe es einfach nicht bis Sonntagabend alles so weit fertig zu haben mit diesen ja dann insgesamt 15 Folgen, die ja dann am Start wären mit Pokémon und alles. Mein Internet ist einfach zu langsam. Das ist scheiße. Und zwar richtig. Naja, nun gut. So ist das halt. Ja, ich denke, ich denke, wir können da alle mit leben. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Nicht, dass ihr euch wundert, wo die Folgen bleiben. So, jetzt muss ich erstmal hier zusehen, dass ich mein Inventar ein bisschen aufgeräumt bekomme. Das wäre wunderbar. So, warte mal. Das kommt weg. Das kommt weg. Das könnte ich auch eigentlich. Ich habe ja gestern angefangen, das eigentlich alles in die Dings schon zu packen. Hier in die Verkaufskiste. Das Dino-Ei kommt da auch noch rein. Naja, naja, naja. Wir gucken einfach mal rum. Hier einfach erstmal ein bisschen rumjingeln, gucken, was passiert. Nee, aber ab nächste Woche wird das wahrscheinlich erstmal wieder besser. Also, beziehungsweise, also die übernächste... Nein, warte mal. Nächste Woche wird das erstmal besser. Die übernächste, das weiß ich noch nicht ganz. Wobei ich da ja theoretisch dann schon ein bisschen länger Zeit habe dann auch und so weiter, weil ich nächste Woche zu Hause bin. Übernächste dann aber nicht. Und ach, mal gucken. Das gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Das wird in diesem Jahr vermutlich noch öfter passieren, dass ich mal eine Woche lang nicht zu Hause bin und das alles entsprechend vorbereiten muss und so. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. So, euch geht es gut. Sehr schön. Kein Ei am Start. Schade eigentlich. Naja, so ist das. Dann einmal kurz hier hoch. Es wird Zeit, dass der Winter wieder vorbei ist, oder? Das wäre schon echt cool. Gucken wir mal kurz hier rein. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Seeds fertig. Und das, ja, war es dann auch erstmal, ne? Warte mal. Zack. So. Wobei ich vier Ancient Fruits jetzt hier noch kurz verbringen könnte. 224. Also, wir machen ganz gut Fortschritte. Das geht schon. Das läuft. Ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren wird dann im Frühling. Ich bin mir jetzt allerdings momentan, ich stehe vor der Entscheidung, beziehungsweise, ja, bin mir unschlüssig, ob ich vielleicht beide Felder voll mit Ancient Fruits stellen möchte. Ja, das heißt, dieses hier voll mit Ancient Fruits mit 250 oder so und dieses hier, ich muss irgendwann mal diese Dinger mitbringen, ne? Und dieses voll mit Ancient Fruits, das wäre natürlich dann insgesamt ein echt heftiger Ertrag, würde ich mal meinen. Also, das wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Aber, oh. Oh, ja. Das war jetzt so nicht geplant. Aber das würde halt... Ey, geht denn ab? Hä? Bin ich jetzt komplett verwirrt? Drücke ich hier gerade irgendwelche Knöpfe, die ich sonst nicht gedrückt habe? Also, ich habe es jetzt mit Linksklick gerade probiert. Ich versuche jetzt mit Rechtsklick. Geht auch nicht. Ich darf vielleicht... Ja, 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 okay, okay, okay. Ich bin... Es ist alles nicht leicht hier, ja. Ich darf natürlich nicht das Backmeat in die Hand nehmen, sondern muss dann auch entsprechend die Köder in die Hand nehmen. Und dann funktioniert das auch. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ach, Mann. Na gut. Dann müssen wir erstmal kurz hier hoch. Wir gehen jetzt jetzt ja alles ganz ruhig an, ja. Alles total entspannt. Nein, aber da bin ich mir tatsächlich noch unschlüssig. Wie viele Felder ich dann da tatsächlich Ancient Fruit mäßig bestücke? Mein Inventar ist immer noch voll, Digga. Hm. Ähm, im Frühling. Ich meine, abgesehen von den Starfruits, die ja dann irgendwann im Sommer kommen, glaube ich, wäre es ja schon eigentlich interessant, Ancient Fruits da stehen zu haben, ne? Gut, ich sage mal, im Herbst dann die Sweet Jamberry. Das wäre dann auch nochmal so eine Geschichte. Aber die kann man auch wieder extern irgendwo anbauen. Und ich glaube, so viele Seeds habe ich davon jetzt auch noch gar nicht. Ja, lasst mich mal wissen, was ihr darüber denkt. Würdet ihr wirklich 100% der Kapazitäten für Ancient Fruits aufwenden? Ich meine, das wäre dann ungefähr so, also dann wäre ja dann auch der Januar, sage ich mal, recht monoton, wobei man den ja, ich sage mal, auch irgendwo mehr oder weniger zügig dann skippen könnte. Dass man halt mal sagt, okay, man macht halt mal so eine Folge lang nur ins Bett gehen und aufstehen, ins Bett gehen und aufstehen. So, dann hat man halt mal 10 Tage geschafft von dem, was da so anfällt. Ich bin mir echt noch unschlüssig. Aber cool wäre es halt schon. Es würde wirklich richtig, richtig viel Ressourcen bringen eigentlich. Also was heißt Ressourcen? Richtig viel Dinger, ne? Früchte, Mann, schwer. Egal. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt gucken wir uns erstmal um die Köder hier. Und darum, ja, dass wir irgendwie halt noch den Wind da rumkriegen, ne? So, zack. Hallo. Hat das jetzt, ich glaube, das hat schon geklappt. Ich weiß es nicht. Manchmal bewegt sich das zweimal, manchmal nur einmal. Aber irgendwie bewegen tut sich das allgemein recht häufig. Und ach, Mann. Ihr merkt vielleicht, es ist spät am Abend. Und ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen. War heute wieder in der Stadt unterwegs. Pokémon aufnehmen, ja. Naja, ich bin der Meinung, der befüllt die nicht neu. Ich sollte vielleicht einfach mal auf die Anzahl. Doch, er packt da irgendwie was rein. Okay, die Anzahl geht auf jeden Fall runter. Das ist doch schäne. Naja. Wird schon, wird schon. Ne, und es war ganz schön viel frische Luft. Und es war auch irgendwie, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, bin ich ein bisschen müde. Egal, man merkt es wahrscheinlich. Gut, einmal kurz oben in den Verarbeitungsbereich. Dort dann mal eben noch den, ja, ich sag mal, Müllrecycling. Reicelt und so weiter und so fort. Alles, was da so angefallen ist jetzt. Schau mal. Müsste ja doch ein Stück gewesen sein. Ich hoffe, die Maschinen reichen dafür überhaupt. Hier haben wir einmal noch so ein Holzdingens. Noch so ein bisschen Trash. Und noch vier CDs. Nein, die Maschinen reichen nicht. Hm. Blöd jetzt. Naja. Egal. Was wir derweil noch machen können. Wir können noch ein paar Eier hier lassen. Hoppla. So rum. Haben die alle von heute? Weiß es gar nicht. Wahrscheinlich hatte ich von gestern noch ein paar im Inventar. Aber auch das ist ja kein Problem. So. Einmal das Ganze hier rausgebracht. Die Eier können hier nochmal eben rein. Genau wie diese Broken Compact Disc. CD. Compact Disc, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil es ist ja der Nachfolger der Schallplatte. Und die war ja alles andere als kompakt. Also was heißt Nachfolger? Ja, es ist ja. An der Welten dazwischen. Aber. Irgendwie so war das schon. Für die von euch, die diese Zeiten nicht mehr kennen. Das ist glaube ich besser so. Das war jetzt nicht so die Wucht insgesamt. Wobei ich muss sagen, auch so das mit den Schallplatten. Das war schon cool. Das war schon. Das hatte irgendwo Style. Aber auch ich bin da nur äußerst begrenzt mit in Kontakt getreten. So, okay Leute. Ich bereite schon mal jetzt irgendwas vor. Und zwar möchte ich jetzt mal hier alles, was ich hier so an Artefakten habe, die ich ja an sich nicht mehr so brauche, schon mal in die Kiste hier drüben packen. Bevor ich die dann irgendwann Ende des der Saison dann hier vergesse. Ich hoffe, das passt überhaupt alles da rein. Ansonsten packe ich es halt in die Kiste nebenan. Weil die wollte ich ja verkaufen. Irgendwann. So war ja der Plan. Ja, deswegen sind die da eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich hoffe, das passt so vom Platz. Wir werden sehen. Gut. Und dann würde ich sagen, naja, sind wir eigentlich für heute soweit schon durch, oder? Könnte man sich eigentlich mal ins Bett legen und ein wenig abgammeln. Dinos sind versorgt, Hühner sind versorgt, Kinder sind geknuddelt. Warte mal, ich wollte nochmal in den Kalender gucken, aber heute war doch nichts, ne? Ne. Aber der Wizard hat demnächst wieder Geburtstag. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Sollten wir auf jeden Fall hin. So, jetzt was mal ins Bett. Hier ist gedrückt. Immer noch kein Angelskill-Upgrade. Es scheint ein wenig zu dauern. Naja, nun gut. Habe ich ja gestern was geguckt. Wizard hat morgen Geburtstag. So, das mal eingesammelt. Junior steht da noch erwartungsvoll rum. Madl steht hier oben rum. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich bin mit dieser, mit dieser, ja, mit dem Haus insgesamt noch nicht ganz so zufrieden. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Auch wenn ja in den Kommentaren schon, ja, lobende Worte kamen, dass das hier eigentlich schon ganz gut aussieht. Aber irgendwie gefällt es mir nur begrenzt. Da muss noch mehr passieren. Irgendwann. Hier gibt es erstmal Post. Schauen wir mal, was geht ab. Okay. Pierre hat ein bisschen was. Cashback-Reward. Okay. Äh, ja, wusste ich gar nicht, dass Pierre sowas hat. Okay. Einmal kurz hier ran. Den Diamant noch weggepackt hier. Und dann kümmern wir uns zunächst wieder um die Tiere. Und ich habe inzwischen natürlich schon den nächsten Namen jetzt rausgesucht für die Dino-Geschichte. Ich muss sagen, da sind zwei Leute in die nähere Auswahl gekommen. Beziehungsweise, also ja, relativ enge Geschichte auf jeden Fall da. Aber es kann natürlich jetzt als nächstes zumindest erstmal nur einer werden. Oder eine. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Gucken wir mal. Alles dazu. Dann, wenn der nächste Dino schlüpft. Was bald der Fall sein könnte. Oder auch nicht. Ja. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. So. Erstmal alle geknuddelt. Meine Dino-Gang. Und dann würde ich sagen, gucken wir auch direkt in den Verarbeitungsbetrieb hier. Schauen wir mal, was abgeht. Der Müll ist auf jeden Fall fertig. Genau wie Mayonnaise. Na. Habe ich jetzt? Nein, nein, nein. Ich habe jetzt keinen Dino-Ei hier reingeschmissen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich echt blöd. So. Okay. Wir haben noch wieder schon wieder ein bisschen ein paar Fackeln dazu gekriegt. Da baue ich mal einfach noch ein paar hier hin. Und zwar, ich würde mal sagen, eine da. Und jetzt wäre die Frage. Ach so, warte mal. Hier dann immer schön eins frei. So sieht es aus. Ich denke, so im Innenraum kann man da durchaus auch mal mit handelsüblichen Fackeln arbeiten, wenn man hier irgendwo irgendwas beleuchten will. So. Kurz mal hier runter geguckt. Marmelade ist fertig. Das ist schön. Seeds können hier erstmal weg. Was ist denn mit diesen Dingern hier eigentlich? Das waren doch auch irgendwelche Arte... Ach so, warte mal. Das konnte ich umcraften, ne? Kurz mal geguckt. Hier, Ancient Seeds. Genau. Das war einfach. Wieder zwei mehr. Gut. So, das Ganze hier. Ja. Okay. Also es hat gestern alles funktioniert. Alles ist gut. Ich war bloß offensichtlich nur ein bisschen verwirrt, weil jetzt bewegen sich wieder zweimal die Dinger, ne? Guck drauf. Einmal das Ding raus. Einmal das Ding rein. Ich bin der Meinung gestern. Hat das alles nur einmal gewackelt. Da ging einmal der Deckel auf. Und dann war es das. Kann aber auch sein, dass ich das einfach irgendwie einfach mal fehlinterpretiert habe oder so. Oder vielleicht ist das halt manchmal einfach so. Wenn er einen guten Tag hat, schafft er es halt mit einmal das Gefangene rauszuholen und einen neuen Köder zu platzieren. Ich meine, wenn ich mir die Köder so angucke, dann brauchen wir ja eigentlich nur die in der Hand halten. Während man die Hand dorthin bewegt, um das, ja, ich sag mal, die Beute zu entnehmen, lässt man dann die Köder da reinfallen. Dann sollte das eigentlich auch mit einmal machbar sein, ne? Naja. Naja. So. Marmelade müssen wir uns gleich drum kümmern. Klar. Und, ja, ansonsten kann ich hier schon wieder ein bisschen was wegpacken. Das zum Beispiel. Und das war es ja fast schon wieder. Egal. Kurz nochmal an die Müllgeschichte oben. Warte mal. Nehmen wir mal hier noch so eine Broken Compact Disc mit. Und dann sehen wir mal zu, dass das hier noch eben verwertet wird, das Ganze. So. Und so. Und so. Und so. Okay. Äh, hier haben wir noch zwei Brillen. Die können hier natürlich noch eben rein. Zack. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein, ne? Sieht ganz gut aus. Wunderbar. So. Einmal raus. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Marmelade. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so passiert. Hier sind noch Würmer am Start. Gucke mal an. Oh. Nicht mit der Axt. Dreimal Mixed Seeds. Na Mensch, ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. So. Einmal hier rein. Sieht gut aus. Alles fertig. Muss ja gucken hier, bevor dann wieder irgendwas nicht fertig ist. Und man dann hier schon wieder übelst hoch eskaliert. So. Ich nehme hier einfach mal das volle Stack Cranberries mit. Ja. Und dann bestücken wir das Ganze hier entsprechend wieder. Zack, zack, zack. Sehr schön. So sieht es aus. Ja. Weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen soll. Wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen neben mir. Ich finde es schön, wie das Wetter momentan ist. Ich hoffe, da wo ich jetzt nächste Woche wieder bin, wird das Wetter auch schön sein. Weil, wie gesagt, das ist auf so einem Berg drauf. Ich weiß nicht, hatte ich das schon mal gesagt? Ich glaube, das hatte ich schon in irgendeiner Folge jetzt am Wochenende gesagt. Auf so einem Berg drauf, wo es permanent windet. Und das ist nicht cool. Also, ich weiß nicht. Wind kann so einen richtig schönen sonnigen Tag echt richtig schön unschön machen. Naja. Okay. Soll euch nicht weiter betreffen, glaube ich. Ich ziehe mich natürlich immer ordentlich dick an, damit ich nicht irgendwie krank werde oder so. Das sowieso. Ja. Und dann läuft das. Und die Marmeladenproduktion läuft im Übrigen auch. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt in dieser Saison an Verkaufserlösen rauskommt. Ich weiß jetzt nicht. Abgesehen von... Ah, ich weiß nicht. Was haben wir jetzt im Vergleich zum Herbst dann noch? Was war denn im Herbst anders? Weiß gar nicht. Wir hatten halt mehr Erträge so. Also auch Früchte, die so verkauft wurden. Ich glaube schon. Naja. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht ganz. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein, was habe ich vergessen irgendwo. Ein, was blubbert irgendwo nicht. Rein mathematisch zumindest. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Weil wenn wir 36... ...hätten verbraucht haben, dann müsste hier irgendwas mit 63 stehen. Ich sehe es jetzt aber nicht. Doch! Ich sehe es. Zack. Sehr schön. Muss ja, was die Produktivität angeht, auch immer am Maximum arbeiten. So. Alles klar. Das sieht an sich ganz gut aus soweit. Dann würde ich sagen, können wir mal ins Gewächshaus nochmal fix gucken. Naja. Noch nichts weiter. Hier ist noch Oak Resin fertig. Das ist cool. Wobei inzwischen ist es ja eigentlich egal. Wir sind, was die CAC-Produktion angeht, soweit tatsächlich durch. Und das ist cool. Das ist sehr cool. Das heißt, diese ganze Resin-Geschichte hier, das können wir jetzt einfach direkt einlagern. Oder wir nehmen das halt irgendwann, wenn wir der Meinung sind, hier alles am Start zu haben, dann mit in den Verkauf rein. Aber ich wollte ja letztens noch irgendwas bauen, wofür ich zumindest dieses Pine-Tar gebraucht hätte. Was war denn das? Leute, was war denn das? Ich könnte aber kurz gucken. Warte mal, diese Crystallariums-Geschichte hier. Achso, dafür fehlen jetzt wieder Battery-Packs. Das wollte ich dann im Frühling mal angeben mit diesem Rain-Totem. Genau. Ich erinnere mich. Aber dieses Rain-Totem hier, dafür braucht man Pine-Tar in Massen. Und das ist natürlich cool, weil Pine-Tar haben wir natürlich entsprechend viel. Was wir allerdings momentan nicht haben, ist Trüffelöl. Da müssen wir dann gucken, wenn es dann soweit ist, dass dann die Schweine da mal wieder ein bisschen produktiver werden. Aber ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft man dann tatsächlich auch so ein Rain-Totem zünden muss oder so. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Gut, ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal diese Dinger hier mit rein. Also das hier und das hier und dies dort und das hier sowieso. Das sieht schon ganz gut aus. Inventar ist auf jeden Fall aufgeräumt. Dann könnte man nochmal in die Bergbauhütte gucken. Vielleicht noch ein paar Barren ansetzen oder so. So. Ja. Ganz ruhig hier. Ich könnte mal wieder, warte mal, ich gucke jetzt erstmal wieder in den Barrenvorrat, was hier abgeht. Also wir haben theoretisch alles in rauen Mengen am Start. Quartz sammelt sich auch immer und immer mehr an. Das ist natürlich an sich ziemlich cool. Ja, jetzt rein von den Stats her würde ich sagen, wir brauchen Eisen. Ja, haben wir sogar noch ein bisschen was. Den Rest machen wir dann mit Gold voll. Wenn da überhaupt ein Rest übrig bleibt, aber ich glaube schon. Dann hätten wir das auch erledigt. Sehr schön. Dann können wir demnächst nochmal wieder in Ladung Iridium durchköcheln. Jo. Und dann sollten wir uns mal so langsam eine neue Erzquelle besorgen. Mal schauen. Vielleicht gucken wir in der nächsten Folge ja mal in irgendeine Mine oder so. Oder ein Dungeon. Oder, oder, oder. So viele Oders, Leute. Und ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen nicht mal an der Stelle den Cut. Legt mich ins Bett. Drücke auf Yes. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wie immer Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Jo. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, übermorgen. Also am Mittwoch zur nächsten Folge. Stardew. Well, hey. Ich bin der Dicke. Bis dahin. Ich bin der Dicke.